Nach dem Delay und einem Release mitten in der Nacht um 24, haben wir endlich vor uns nun das neue FNF Playable Pico Update. Und, äh, Boyfriend, was ist das denn da gefunden? Unlock new? Someone's waiting? Could it be a new friend or a foe? Schauen wir doch mal, wenn wir Tab drücken. Dann. Oh. Oha. Was? You're Dipshit. Oha. Pico. Was ist das für ein geiler Song? Oha. Leute, wie viele Charaktere werden das hier? Das sind ja schon mindestens neun. Und wenn wir gleich sehen werden, haben alle Charaktere ihren eigenen Mix pro Song. Oha. Absolut crazy. Warum, warum hat sie ein Schickle für sich? Das sieht so voll geil. Oha. Aber Boyfriend, äh, Pico. Stay funky. Stay funky. Pico sieht irgendwie ein bisschen anders gezeigt aus, finde ich. Aber ich finde super, wie Nene da steht. Yeah. Und da haben wir ihn. Na los. Komm, zeig ihn mir. Vertraust dir. Oh, oh. I am a new place, Alter. Ja, jetzt können wir als Pico spielen. Also, natürlich keine E-Rack-B-Mix ist, aber trotzdem, schaut mal, was wir hier alles haben. Oh mein Gott. Achso, ja, die Danell-Lieder, weil man da spielt, man ja als Pico macht sind. Ich hab noch ganz kurz die Audio und dann geht's sofort los. Es war wirklich nicht einfach, mich nicht spoilern zu lassen, aber ich hab's geschafft. Ich hab fast gar nichts gesehen von dem Update und deshalb ausnahmsweise, ja, letzten beiden Updates hab ich mir alles schon vorher angeschaut. Äh, ne, ne, nur beim Danell. Beim Danell und E-Rack-Update hab ich mir alles vorher angeschaut. Aber beim letzten tatsächlich auch nicht. Ich hoffe, das wird ne Tradition. Immer alles blind hier anzuschauen mit euch. Bopipopiko Mix, unser erster Song hier. Und ich seh schon, die Stern-Difficulties sind ähnlich wie bei E-Rack. Also, wir werden hier harte Songs haben. Seid ihr bereit? Ich bin's auf jeden Fall. Let's go! Und was man schon gesehen hat in den Trailer, ist, dass es ganz neue Backgrounds gibt. Oha. Oha. Oh, oh. Ich mach noch die Crowd in den Hintergrund. Wir sind jetzt einfach Backstage. Und die neuen Pico-Stimmen sind super. Da-bei. Da-bei. Hör, ich spiel auf hart? Ich spiel auf hart. Oh. Dad, Andy, Guy und Saru. Das ist ein bisschen Undertale-mäßig. Boah, ich glaub, ich träume grad noch. Ich kann's nicht fassen, Mann. Habt ihr euch das Merch angesehen, was die Released haben? Es gibt endlich Plushies, Mann. Nein. Ey, Leute, ich hab ne Note von Bockepo verpasst. Ihr dürft mir steinigen. Ich hab schon das Gefühl, dass irgendwie Noten fielen. Aber ich spiel auf hart. Da, ich spiel auf hart, komisch. Da-da-bei-do. Und scheinbar hat man immer auch Nene bei sich. Und oha. Oha, oha. Kawhi-Spoid-Banger. Sorte-Foid. Sorry, Leute, ich muss kurz... Ich muss kurz dancen. Wartan. Wurde die Animation nicht erst gestern fällt? Ich gemacht? Na, egal. Also, das hier ist der excellent Screen, wenn man fast perfekt hat. Ich hab eine Note verpasst. Was soll's. Boah. Es ist unfair. Dieses Update ist zwar insgesamt kleiner, als das Danel-Update mit Weekend. Trotzdem fühlt es sich einfach wie viel mehr an. Oha. Okay, genug Spaß. Wir haben nicht ewig Zeit und was so... Das sah ein bisschen komisch aus. Bei Pico erstmal macht die Digger nach unten. Es sah ein bisschen weird aus, aber egal. Ja komm, Fresh ist doch immer easy gewesen. Ach, und schau doch, die Icons. Die Icons sind animiert. Haha, die Details in meinem Auge. Und jedes Mal ist irgendwas mit dem Beatboxing. Jetzt ist es stumpf. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Bah! Wie geht das auch so ruhig? Oh, ich mag dieses Instrument im Hintergrund. Du, du, du. Bah! Da, bah, na, bah. Buh! Haha. Da, bah, du, bah, bah, bah. Sorry, ich weiß nicht, was ich kommentieren soll. Es ist einfach... Ich fühle die Musik einfach heute so sehr. Ich würde nicht sagen, pro Update wird die Musik besser, aber... Gerade fühlt es sich schon so an. Nein! Okay, ein bisschen kurze, die Lieder, aber macht natürlich nichts. Ähm. Ich muss mich noch in die GDR verwöhnen, ne? Und jetzt wieder der Bagger, ey, ich kann nicht mehr, Mann. Ja, Mann. Und wie sieht die Animationen? Das sieht schon komisch aus, oder? Aber egal. Ja, nice. Es ist auf jeden Fall was anderes, aber ich fand Fresh jetzt trotzdem einfacher. Generell, irgendwie, jeder einzelne Fresh-Ramics, den wir hier bisher hatten, der war irgendwie ziemlich einfach bisher. Und warum ist das Tab da oben weg? Vorhin schauen wir noch Tab, um deinen Charakter zu wechseln, jetzt steht er nicht mehr. Naja, ist ja auch egal. Dad, bitte! Uh, da hab ich schon den Beat ein bisschen gehört. Oha. Das ist jetzt wieder lauter. So juicy irgendwie. Ich komm nicht so ganz in den Rhythmus. Das ist ja völlig... Ich verpasse manchmal ein paar Noten. Es wäre einfacher, wenn ich die Wüsche vorher angehört hätte, aber nein. Nein, das ist bei uns hier nicht. Oha. Das geht hier ab. Okay, wieder lauter. Nur für euch, Freunde. Ihr kriegt die Musik drin. Keine Sorge, wir werden uns heute alle Lieder anschauen. Nicht nur die Pico-Songs. Es gibt noch mehr als das. Und natürlich auch alle Ranks. Ich versuche alles so in eine Folge zu kriegen, deshalb warte ich hier so ein bisschen durch. Ich hoffe, es stimmt noch nicht. Jedes Mal der Song, Alter. Ich kann mich so dran gewöhnen, ehrlich. Es ist so schade, dass ich die Sticker nicht mehr sehe. Die Sticker sieht man normalerweise, wenn man hier in so ein Lied reingeht und man dann wieder rausgeht. Oder es bleibt beendet. Dann sieht man die Sticker. Genau. Die finde ich schöner. Aber Pause schon. Ich werde die oft genug noch sehen. Oh, jetzt haben wir Spookies. Ihr Wreck-Remix von Spookies war schon höllenschwer. Das ist der Gesichtsausdruck. We want candy. Oha. Yeah. Einfach in den. Oh, das sieht so schön aus. Okay, okay. Ja. Yeah. Bomber, Bomber, yeah. Das sieht so schön aus. Sieht viel besser aus, als ein Background, das wir vorher hatten. Aber ich frage mich, ob dieser Background nur für die Pico Mixer oder halt die Rektor oder sowas ist. Oder für auch normalerweise, wenn man als Boyfriend spielt. Muss man eigentlich mal schauen, wie sich das bei Boyfriend auch geändert hat. Das ist ja auch noch. Ah, Bomber, Bomber Eiii Boah, ist das gut Viel zu gut Muss ich lauter drehen Was sagt Pico? Yeah Wohooo Und das sogar perfekt Oh Was? Yeah, kick die Bitch weg, Mann Oh, oh, oh Oh mein Gott, oh mein Gott Sorry, ich muss kurz ein bisschen abweiben, das ist zu gut Ich glaube, das hier hat man schon mal gehört Da fangt er gleich an zu singen Ja, ich ruhe bis vor, bis dahin Der singt gleich Yeah Viel zu gut, ey Oh, das war nicht so smooth, aber Ohne Witz Dieses Update fühlt sich einfach an Als wären fünf Kellner hinter mir Die haben alle so einen riesigen Braten an Essen vor mir Und die wollen mir alles auf einmal geben zum Essen So Es ist so viel Es ist so viel, Mann So viel Musik auf einmal Es ist so gut Aber vor mir zweit, ich wollte noch mal nachschauen Ob der Hintergrund sich auch bei Boyfriend geändert hat Yeah Two Ps, Mann Okay Ähm, Spookies erstmal Was? Hö, hö Wie jetzt? Ich kann jetzt Instrumente von Pico nehmen Bei diesem normalen Boyfriend Spookies? Was? Oh, der Background ist gleich Wait, das ist Das ist einfach so jetzt so ein B-Sign-Remix, oder was? Hä? Yo Ah, ich glaub die BPM bleibt einfach gleich Also die Beats pro Minute Wie schnell das Lied so gesehen ist Wo ist das? Yay Yeah Okay, krass, hab ich nicht gedacht Warte, und bei Eracked Ist da der Hintergrund? Oder ist er da auch nicht? War hier dich denn schon erwartet? Doch, hier ist der Okay, warte Sind die beiden Backgrounds War alles außer für die Story-Mod Okay, das ist Das ist in Ordnung Das ist in Ordnung Das können wir machen Oh, Freunde Ich bin so overwave Das ist so viel, Mann Hä? Was war da? Zweimal Boyfriend? Was ist denn? Ich war zu schnell, Mann Egal Ab in den Süden Yeah Zwei Bullet Hots immer dann Super Jetzt Wer hat den Jungs den Auto schon weggenommen? Ey, gib den Jungs dann den Beat wieder Ja, dankeschön Das ist ja voll gemein Da bin ich mein Du, du, du Beetle Produkt Hier, dritte Kinder Der kriegt keine Süßigkeiten Zu viel Denk Aha! Mann, warum nehmt ihr den Kindergarten in den Beat weg? Das ist nicht nett! Oh, jetzt ist es wieder langsam. Das wird schnell. Ich habe das Gefühl, dass die kann sich nicht entscheiden, was es will. Das hat man schon im Trailer gesehen. Oh, das war geil. Das ist so viel, das ist viel zu gut, Mann! Hört auf, mir diesen goldenen Hackbraten zu servieren, Mann! Und dann so 20 hintereinander, ey, ich kann nicht mehr. Warte, was passiert denn jetzt beim Pico-Pico-Mix? Hä? Oh, ich hoffe, Pico rappt dann einfach gegen so einen Cardboard-Cardot von sich selbst. Weil er dieses eine Video gesehen, wo er diesen Boyfriend-Cardot mitnimmt. Hä? Das bin doch ich! Wie sieht Pico so komisch aus? Ah ne, der raucht Zigaretten! Und... Hä? Nicht erwischt? Oder kann man ihn nicht erschießen? Was ist denn los? Oh, die Grafik sieht auch anders aus hier. Und wie das Lighting ist komisch. Wie können wir das einfach gegen uns selbst? Ja, 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 go! Ah, alte Pico-Stimme gegen die neue! Yeah! Und ne, ne, wie sie sich freut manchmal. Yeah! Oh, oh! W-Wa?! Was ist da gerade geschworen?! Unfassbar! Musst'n zezensieren. Das war zu viel! Sogar ohne Nautinus-Filter war das zu viel Ja, schon wieder, also Was? Hä, warte, hab ich Nautinus an? Ist das irgendwie automatisch an? Okay Was ist hier die Lore? Warum gucken die es so an? So, öh, das ist ja ich Warte, ich hab noch perfekt Ich hab einen gepasst Schauen wir nicht Und weg mit dem jetzt Ich glaub generell, dass es so ist, dass Ne, ne zwar Pico mag Aber Pico nichts für Ne, ne da hat, oder? Also muss ich sagen, ob es mal nachschulst Kann doch nicht sein, dass Nautinus irgendwie Automatisch an ist, Puff ins ist wahrscheinlich Doch, Nautinus an Ne, mach mal raus hier, wir wollen facke und shit hört ja ja sechs für kinder hier ist wie man ich weiß nicht mit wem ich rede aber egal felina ist die comics und das ist aber stehe das lied ja wissen es ist nicht echte pico aber gut das andersrum und es wird trotzdem recht wir sind trotzdem recht aber es war so andersrum die jennütze er sind fast das gleiche was das für biet so ungewohnt so aber auch interessant zu sehen dass sein schaden ist exakt gleich ist wie bei philippe sondern neu gestartet obwohl er fast das gleiche singt ich mag zwar picos stimme ich muss aber ehrlich sagen insgesamt mag ich glaube ich die boyfriends songs mehr also die die instrumenten sind crazy bei pico also die instrumenten sind bei pico wahrscheinlich besser aber die stimmen finde ich von boyfriends und die passen da weil pico macht die ganze nur nonsens so die mann das ist wirklich so einfach das wird einfacher das schon fast ein eigener ihr weg kann sich und muss euch vorstellen ihr seht ja dass fast jedes sieht ja noch mal ein remix bekommt wir werden auch noch in zukünftigen Updates mehr, wahrscheinlich mehr Pico Mixes bekommen und da finde ich das krass, dass wir noch mal mindestens, mindestens sieben weitere Charaktere bekommen werden mit dem gleichen Effort. Warte, ich habe wieder keine Leute vermisst? Ne, diesmal nicht, diesmal sehen wir es nicht, diesmal habe ich Leute das an. Und, release that shit, yeah! Und jetzt wird blamiert. Blam that away, man! Oder wie soll, keine Ahnung. Oh, steht da klirrt, wunderbar. Ah! Schon wieder ich, Mann! Ich habe Angst vor mir selber! Komm, jetzt treff ihn doch mal! Mann! Kann er ihn nicht treffen, oder was? Die Zigarette liegt es einfach neben mir, bleibt jetzt da? Ich kann nicht bemerken, liegt der jetzt nicht an Zeit da? Oh, was ging jetzt ab? Hä? Oha! Was? Ey, das meine ich, die VCs sind so krass. Trotz. Oha! Ey, ey, ey! ich hab nene lacht immer wenn ich eine note verpasse ist das dann bei girlfriend so dass die weinen wenn ich eine note verpasse? das war bei kate engine zumindest früher so an die ogs da draußen und dann ist wieder der beat aber ein bisschen wirken die ganzen vocals etwas random also pico singt einfach drauf los heute macht ihr immer seinen opponent nach und da hast du so ein rhythmus immer drin hier ist es so ein bisschen mehr random kann man jetzt mögen oder nicht ich find's halt ungewohnt egal ob ich alle noten treffe oder nicht ich kriege immer einen bagger beim visual screen ich kann nur gewinnen bei diesem update ich kann nur gewinnen unfassbar yeah mach ich doch mit links man bei pico gibt es wahrscheinlich auch animationen wenn man eitel bleibt also wenn man für eine weile lang stehen bleibt das werde ich mir auch noch anschauen vielleicht passt noch in dieses video ich bin mir sicher wir haben aber noch genug lieder durchzugehen gar keine week 3 songs zum beispiel gibt es auch bei week 2 auch kein monster aber bei week 5 äh noch warte das ist week 3 week 4 war ja mit maman haben wir gar keine lieder week 5 haben wir ein lied eggnog week 6 gar nichts und dann 2 von 3 week 7 liedern interessant das ist tricky im hintergrund und tankman und und isaac isaac oh mein gott warte wie sehen denn pico und jede aus oh mein gott haha wie süß oh mein gott ich liebe diese outfits ist da oben dann hell um links sind seine haare irgendwie mann ich will mich umschauen ob er das chartding ist das lied ist so schwer meine ich was ist da oben fern dem arcade da oben links ist er das was was auch das soll ich manchmal noten verpassen ich gucke mal alles an und für die musik genießen Das ist so ein Curse, irgendwie. Oh, oh. Aber beim Pico sind auch viel mehr doppelte Noten. Schade, dass nicht alle erkennen hier. Aber diese Hasens haben auch ein bisschen versüßt aus dem Weg. Natürlich, ich glaube, das vorne ist Ena. Die anderen... Also hier diese mit dem Skelett... Mit der Skelettmaske. Ich glaube, der ist aus Castle Crushers. Maybe. Falsch. Ich bin jetzt sorry. Ein bisschen heißer wurde, ja. Er sollte mal mehr Cocoa trinken. Und vielleicht auch ein bisschen Eggnog, man. Yeah, yeah, oh, yeah. Mach das. Get down. Und wir haben ja schon in Pico Erect ein Irr von ihm gehört. Deshalb, ich erwarte es jetzt hier in dem Lied. Und die beiden werden schwer. Ding, ding, ding. Wer kauft dich an dem Glas? Ding, 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 ding. Übrigens heute Freitag 13, ja, Mann. Bomba, Irr. Ich finde das super. Techman wollte das in einem Lied machen. Macht dann erst mal ein Pico. Nun ist es ja. Hey, hat er mich denn vorhause? Ich bin doch gesagt. Oha. Yeah. Ich kann das hier überhaupt nicht bedicken. Ne, generell nicht bei den Pico Liedern. Ich kann ihn gar nicht bedicken. Psch, okay. Ich bin leise. Hä? Was? Was? Was gerade passiert? Boah. Ich bin so... So ein Lied mit ganz vielen Doppelnoten nicht gewohnt. Mist. Ich verließe viele Noten, ey. Ich schwöre es euch. Ich bin normalerweise besser. Aber manchmal wird Pico mal heißer. Ah, ah. Ich habe einen Frisch im Hals. Äh. War das halt, uh? War er so... Ah. Ist da egal. Passt schon. Ja, Mann. Mist. Ich wollte mir noch anschauen, von wem die ganzen Lieder sind. Na, es ist schon spät, glaube ich. Aber ihr wisst es in den Kommentaren wahrscheinlich besser als ich. So, und jetzt ganz. Ganz mein Favorit aus Tankman Week. Obwohl, uh, natürlich auch sehr strong ist. Aber nur wegen, uh. Yeah. Dieser Song geht an Chris. Yeah. Chris, du stinkst. Here we go again. Warum röpst Pico immer? Was los mit ihm? Keine Bandier, oder was? Was los mit ihm? Das war im Re-Live, ich hab keine Noten verpasst, ich schwöre. Das ist meine Fähigkeit. Ah, ah. Ist das wieder ruhiger? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, was geht jetzt ab? Oh, Peter. Here we go, man. Unsere Reihe. Ja, so wird's gemacht, Tag-Man. Er macht... Er macht... Ich mach... We are not the same. Warum sind die Beats so gut, man? Ich komm auf gar nichts klar, ne? Ich bin so over-stimulated gerade. Ich hab so... Bisschen... Mein Fass ist... Übergequillt. Ganz viel Freude, man. Da ist so viel weiße Freude drin in meinem Fass. So, jetzt kommen wir ein bisschen runter. Denn das waren alle... Pico... Mixe. Bisher, zumindest. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar mehr bekommen. Aber... Mir hat man schon gesagt, dass es noch mehr Songs gibt. Ich find's interessant, bei Pico ist hier alles orange. Ich mein, passt zu ihm. Und er hat auch irgendeine Haare. Der Rotshop hier. Hier sieht man, hier ist er... Ah, jetzt. Die ist verpackt. Ja, gehen wir zurück zu Boyfriend. Bei ihm gibt's nämlich zwei neue Erect Remixe. Ich... Ich sage, es wird's... Milf und Cocoa. Schauen wir mal. Noch, sagen wir. Okay, leider kein Milf aus irgendeinem Grund. Aber Cocoa haben wir. Was ist das andere? Oh mein Gott, da hab ich gehalbt. Okay, fangen wir an mit Cocoa. Warum nicht? Let's go! Haben wir auch noch einen Hintergrund? Oder... Ja doch, eigentlich schon, ne? Ich glaube schon. Na komm, zeig ihn mir. Yeah. Achso, ist der. Ja. Ja, okay, mit Beufeln ist wieder alles so gewohnt wie immer, ne? Mit seiner Stimme und seiner Spielart. Geben sie nicht so viele Doppel-Doppen. Hoffentlich. Was war seine Stimme los? Da hat er gerade so... Ey, es klickt! Ba, 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 ba! Oh, es geht so gut! Es ging besser als erwartet, sag ich's ehrlich. Ich hab jetzt so'n Boom 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 erwartet und wie, oh, was ist das denn, warum legt das doch aber so? Oh, oh. Oh, oh. Ey, das rufliert. Ah, was soll das? Ah, schu! Wer redet da? Wollte das? Ey, Mann! Das ist voll unwill gewesen. Hat die ganze Zeit irgendwie rumgehackt. Wahrscheinlich mit den Kamerasooms, oder? Und dann sind wir wieder hier bei den normalen Result-Songs. Ist auch nicht schlecht, aber die von Pico waren einfach nochmal... die waren nochmal ein anderes Level, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, das ist echt mal geil! Es war anders als erwartet. Ich glaube, es gab mal so einen, so einen komischen Leak, so Teaser oder so, wo das so Boom, 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 äh, in der Mitte hatte, war ich schon ein bisschen enttäuscht, was passt so geil zu Kokua und ich bin froh, dass sie jetzt etwas anderes gemacht haben. Ähm, ja. Ich will mir noch ganz kurz anschauen, wie eigentlich hier, wie die anderen icons sich aussehen. Hier, welche Drücke. Göffel macht, äh, I. Auch einmal I. Okay. Ich will noch mal ganz kurz gucken, was die anderen machen. Weil das, das ist etwas, was mich interessiert. Mami zum Beispiel, du winkt. Denkt sich, ja, dass es das Richtige geht. Du hast eine richtige Wahl gemacht. Nein, Tentenpatt ist auf keinen Fall... Höh, was so... W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Warum sieht das anders aus? Warum sieht das anders aus? Warum sieht das anders aus? Ah! Ey, ich fühle bei den Vibe. Es ist auf einmal Nacht geworden hier. Weil eigentlich spielt es ja in einem Sonnenuntergang, ist es einfach... Ja, oder es wird gerade Tag, das kann auch sein. Es wird gerade Tag. Na, okay, gut. Na, okay, gut. Okay, einen Song haben wir noch. Und das ist... Uuuh! Oh, yeah! Yes, yes, yeah! Auf einmal ist es doch noch Sony Uta und nicht mehr Tag, ne? Höh, genau. Okay, ich habe das Gefühl, in diesem Update haben die ein bisschen mehr experimentelle Musik drinne. Mit dem wissen, was ich meine. Oha! Oha! Ich nehme alles zurück! Alles geil! Weil, ich weiß nicht... Die charten Picos wieder anders als Boyfans. Boyfans kann ich irgendwie besser. Weil es einfach gewohnt ist. Kennt ihr diesen Fake-Erect-Song von... So war das? Sowas habe ich erwartet, aber das ist ja was ganz anderes. Los! Oha! Schade! Vor allem sind alle Songs so kurz, habe ich das Gefühl. Bin das nur ich, aber das ist wirklich kurz! Was war das? Was ist mit Beufel los gewesen? Und das waren alle neuen Songs! Welcher von euch hat euch am meisten gefallen? Wenn... Wer nur mich fragt... Boah... Ich glaube einer von den Result-Screensongs ehrlich gesagt! Hallo? Hier! Yeah! Bläh! Bläh! Das ist wirklich schwierig! Ich würde wahrscheinlich... Hä? Ich würde wahrscheinlich sagen... South war geil, ne? Bisher würde ich mal sagen South, aber vielleicht ändere ich meine Meinung noch. Aber was haltet ihr von dem Update? Lass es mich wissen! Und jetzt schauen wir uns noch die Result-Screens an, wenn man mit Pico ein wenig schlechter spielt. Ah, halt! Ich habe noch einen Song übersehen! Hier unten! Darnell! Kann man jetzt als Pico... Äh... Als... Ich bin normalerweise als Pico. Kann man jetzt als Boyfriend spielen? Waaah! Also wie... Wird das mit Boyfriend aussehen? Uh... Oh, der bietig ist geil! Ah! Das fühlt sich... nicht echt an! Vor allem mit diesem Rauch überall wie so n Traum, irgendwie! Ich hab' gedacht, dass Boyfriend tatsächlich das nachsingt, was... dann macht aber nein heute macht also in den nächsten ist immer so dass ihr eigenes ding sehen einfach irgendwas was zum bieb passt und nicht was zum geschenk passt das ist was ich meine sehr interessant ich mag das wie das hier zwischen diesen ganzen bei fünf stimmungen und her switch ich mag das und der regen ist hier geworden es geht so geil ich liebe diese boyfriends stimmen die einfach so hin und her switch hat so flair wisst ihr so extra geschmack das ist mein favorite part Ey, dieses Update ist super. Spielt es, ist kostenlos, spielt es. Yeah! Ich hab's mal extra schlecht gespielt, ich hoffe, das reicht. Oh! Get out the way, get out the way, whoo? Oh, jetzt schießt er die Uhr. Get out the way, get out the way. You know, you better think about that jar. All my enemies getting dropped. Warum erschießt er alle außer Boyfriend, vor allem Girlfriend? Was hat er gegen Girlfriend? Ist er neidisch? Okay, das war's gut. Ah, wir haben Great nicht, wir haben Great jetzt übersprungen. Ich muss kurz fühlen, ich muss kurz fühlen, sorry, Freunde. Hey! Da fängt du halt, yeah. So, ich hab' jetzt mal ganz viele Bats gemacht, das sind ganz viele Ghosten, die rumflogen sind. Ist das immer noch gleich? War das Schlechte sogar? Oha, okay. Schau mal, ich hab' ganz viele Bats gemacht. Hm, das ist halt schwierig. Okay, ich hab' immer ein bisschen schlau gemacht. Scheinbar gibt es keine Möglichkeit, sich den Loss gerade anzuschauen von Pico, also wenn er verliert einen Song. Deshalb müssen wir hier mal reingehen in dieses Menü und, äh, ja eigentlich alle Noten mal entfernen, wenn's gehe. Okay, warum geht das denn grad nicht? Seht ihr das? Irgendwie geht's grad nicht. Jedenfalls geht es gerade nicht und ich hab' schon gesehen, bei Great ist die gleiche Animation wie bei, ähm, Code, wie's scheint. Also da gibt's auch nichts anderes. Äh, bisschen schade, aber naja, na gut. Okay, aus irgendeinem Grund funktioniert das Chart-Interview überhaupt nicht, deshalb zeigt euch einfach hier dieses Video, wie's aussieht. Hab's noch nicht selber gesehen? Null Prozent, gar nicht geschafft. Ja, man. Ey, ich komm' nicht drauf klar, ich kenn' das einfach nicht mehr, ich verkrafte das nicht mehr, okay, ich hör' schon auf. Don't stop, ey, ja, ja, ich fühl' das, mann. Puh. Oh, Pico's so traurig. Pico, nein! Glück gehabt's. Pico, was soll das? Oh nein. Oh nein. Oh, Pico, was soll das? 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 Oh, Pico, was soll das?